Wir haben uns einfach überlegt, wie können wir das duale System, die duale Ausbildung noch bekannter machen und wie können wir auch unsere Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen, die eine Ausbildung machen, zum Ausdruck bringen. Und vor unserer IHK kommen jedes Jahr ungefähr 100.000 Besucher und haben uns überlegt, wir tun einfach in das Pflaster Sterne wie in Hollywood. Ja, das ist vielleicht ein bisschen verblüffend, dass man sagt, was hat jetzt Hollywood mit der IHK zu tun und mit Stuttgart zu tun. Da kann ich nur sagen, die Schauspieler, die dort die Sterne bekommen, die müssen sich diesen Erfolg ja auch erarbeiten. Und so ist das hier auch bei uns. Wir haben jedes Jahr ungefähr 10.000 Prüfungen und vier Bundesbeste darunter. Da kann man schon sehen, das sind ganz, ganz tolle Leistungen. Und deswegen haben diese jungen Leute es auch verdient, dass man ihnen diesen Stern hier verleiht. Mit der Auszeichnung fühlt man sich natürlich schon ein bisschen besonders. Es ist eine sehr würdige Ehrung für die Leistung, die man während der Ausbildung erbracht hat. Zu dieser Ehrung und diesem Star-Sein, diesem Walk of Fame kann ich so sagen, es ist ein bisschen eigenartig. Man rechnet natürlich nicht mit sowas. Das ist jetzt auch nicht, sage ich mal, normal. Das ist ein neues Konzept, was hier durchgesetzt wurde. Und die Idee finde ich schön, dass man da, sage ich mal, geehrt wird. Da einfach nur dafür, dass man halt seine Ausbildung gut abgeschlossen hat. Ich denke, das ist auch für nachfolgende Azubis einfach ein bisschen so eine kleine Motivation, so ein Anschub. Also wenn ihr euch auch auf dem Walk of Fame sehen wollt irgendwann, dann solltet ihr euch jedenfalls einen Ausbildungsberuf aussuchen, der euch Spaß macht, mit dem ihr euch identifizieren könnt. Und dann heißt es einfach durchziehen. Und dann klappt das. Ich glaube, was ganz wichtig ist, neugierig zu bleiben, offen zu bleiben, sich für Dinge einzusetzen, die man gerne macht. Wenn Sie das tun, was Sie gut können und daran Freude haben, das ist die beste Erfolgsquarantäe. Bis zum nächsten Mal.